Ich bin auf der Suche nach Ray Finkel. Wie kann ich ihn weiterhelfen? Ich bin auf der Suche nach Ray Finkel. Wen? Ja, haben Sie je von dem ehemaligen Dolphin-Kicker Ray Finkel gehört? Nee. Stimmt das, Madam? Noch nie im Leben, ehrlich nicht. Mach schon. Denk nach! Krass, ne? Richtig krass. Was hat er gesagt? Hey! Hey! Ich bin in der Amateur-Liga gelandet. Machen Sie es gut! Bis später! Hallo? Hi! Was? Ich bin auf der Suche nach Ray Finkel. Wen? Ja, haben Sie je von dem ehemaligen Dolphin-Kicker Ray Finkel gehört? Nein! Ich kann es nicht erwarten, ihn zu treffen. Ja! Ja! Sagen Sie, erwarten Sie Ray etwa demnächst? Auf deiner Bekannte! Das bitte was? Ja! Aber Ihre Frau hat gesagt, dass sie ihn jeden Moment erwartet. Meine Frau? Ich ist keine Frau! Ja! Ich bin schwul! Oh nein! Oh ja! Eier lecken! Total abgelehnt! Nein! Nicht abgelehnt! Okay! Aber richtig rein! Nein! Wieso denn? Oh ja! Wer zum Teufel ist das da? What? Wer zum Teufel ist das da? Und wie heißt diese hässliche Nase? Der andere! Stimmt das Madam? Ja! Oh nein! Aber hallo! Erkennen Sie mich wieder? Nein! Denk nach! Finger? In seine Frau? Denk nach! Nein! Hier auf meinem Arsch, nachdem du ihn gelegt hast! Machen wir! Ralf! Gunther! Eine Frage! Zwei Fragen! Okay! Arschlecken! Eine Frage! Müssen Sie groß oder klein? Ich liebe es groß! Wollte ja nur wissen, wie viel Zeit ich noch habe! Keine! Nein! Doch! Wollen Sie wissen, was ich gern tun würde? Arschlecken! Na klar! Was haben Sie gedacht? Mein Arschlecken! Oh nein! Oh doch! Weißt du, was mir dir so gefällt? Dass du wirklich einen Arsch offen hast! Soll ich Ihnen meinen schlimmsten Albtraum erzählen? Nein! Wollen Sie wissen, was ich gern tun würde? Nein! Ich war damals ungefähr zwölf! Und ich wurde in diesem Traum ständig von einem Hund verfolgt! Wir wollten das nicht wissen! Er hatte blutunterlaufene Augen! Wir wollten das immer noch nicht wissen! Und wie schnell ich auch gelaufen bin! Er kam näher und näher und immer näher und dann holte er mich ein! Und dann hast du ihn genommen! Ab von hinten den Hund! Ja! Hatte die Gefahr da hinten? Oh nein! Nein! Oh! Da bin ich mir ganz sicher! Aber der Hund kann gut lecken! Negativ bedauere! Dann mal ran! An die Wurst! Okay! Hallo? Hast gedacht, ich habe aufgelegt? Nun ist Zeit, dass ich auflege! Das ist ja auch schon! Drei! Und dann wird es damals für dich! Vielen Dank.